Willkommen bei den Radiopiraten. Wir entern die Senderfrequenz. Heute mit dem ersten Radio dieses Jahres, ein Blaupunkt Hamburg SQR48. Oh, hier müssen wir den Code noch angeben. Dieses Radio bietet zum einen die Möglichkeit, Korsetten abzuspielen. Auch Seitenwechsel ist möglich. Vor- und zurückspulen natürlich auch. Radiopetrieb muss ich nicht viel sagen. Wie gehabt. Wir können über diesen 3,5 mm Klickenstecker einen MP3-Player anschließen. Umgeschalten wird bei diesem Radio über die ARI-Taste. Und schon läuft die Musik über den MP3-Player. In den Radiopetrieb kommen wir wieder, indem wir das Radio kurz ausschalten oder eben die Zündung ausmachen und wieder neu starten. Zusätzlich können wir natürlich noch Bluetooth nutzen. Wenn du auch wieder die ARI-Taste drücken, dann wählen wir an unserem Smartphone die Bluetooth-Funktion. in dem Fall jetzt das Hamburg. Zack. Wir sind verbunden. Und wir können Musik hören. Ganz wieder natürlich komplett kabellos und am Handy oder Tablet zu bedienen. Jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Vielen Dank fürs Zuschauen. Schaut auch beim nächsten Mal wieder rein.